Weiter geht's bei Workers and Resources und hier ist mittlerweile endlich das Chemiewerk fertiggestellt. Ja, das ging jetzt doch relativ fix, muss ich sagen. Und ein Geschäft hat keine Waren. Na, das fängt ja genau richtig an. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Gestern gab es ein bisschen, beziehungsweise in der letzten Woche ein... Okay, das ist das Thema Fleisch. Gab es ein bisschen weniger Content. Und wenn wir gerade schon hier sind, dann können wir gleich einmal gucken. Ihr seht, das Haus ist soweit okay. Die Häuser sind okay. Es gibt tatsächlich auch erstaunlich wenig Leute hier ohne Job. Kohleproduktion läuft auch soweit, hoffe ich. Ja, das wird auch alles direkt rausgesaugt hier mit unseren Transportern. Also, das ist kein Problem. Okay, so, wir müssen einmal auf langsam gehen, denn wir müssen hier vorne bitte einmal danke unsere Leute hinbringen. So, wir haben hier schon eine ganze Menge Leute hinbekommen. Die kommen leider nur bis da vorne. Das Haus kommt tatsächlich bis rein. Und das sind aber auch schon 346 Meter. Ähm, ich würde also vermuten, dass dieses Haus, ja, ihr seht, das ist angeschlossen. Aber das kommt da leider nicht mehr mit rein. Das heißt, wir brauchen definitiv eine Route hinten ins Chemiewerk, um dort weitere Leute hinzukriegen. Und ihr seht, das machen wir dann von hier. So, da werden wir jetzt eine Route basteln. Und das wird einmal ins Chemiewerk gehen und natürlich auch einmal hier vorne hin. Ja, also da brauchen wir auch ein paar Leute rein. Gebäude ist ohne Trinkwasser. Gebäude ist echt ohne Trinkwasser. Ja, das ist ja nur fürs Pipi machen. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, wir müssen auch gucken, ob das mit dem Wasser an sich so klappt. Hier vorne ist ja das Wasser für das AKW noch im Bau. Das schwenken war ja dann um. Und da hattet ihr auch geschrieben, das sollte man eventuell auch komplett umbauen. Das müssen wir mal überlegen, ob wir das machen. Aber ansonsten haben wir ja so eine Fremdeinspeisung jetzt hier schon geschaffen, dass wir von zwei Seiten aus das Ganze mit Energie versorgen können. So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal das Chemiewerk in Betrieb nehmen. Und wir haben hier Pflanzen. Ja, Pflanzen, die kaufen wir im Moment ein. Da gibt es aktuell auch noch nichts, wo wir das rein. Wir könnten es hier reinpacken. Das müssen wir dann aber mal sehen. Kies ist schon hier. Der wird also schon angeliefert. Pflanzen wird gekauft. Öl ist auch schon da. Holz fehlt noch. Wasser fehlt. Ja, dann war es das eigentlich. Es gibt übrigens auch noch Abwasser. Man muss mal gucken, ob wir das angeschlossen haben. Und ja, wir haben es angeschlossen. Es ist alles dran. Das sieht also auch ganz gut aus. Und dann müssen wir jetzt einmal die Busrouten erstellen. Von hier aus. Und jetzt können wir mal schauen, ob die hier voll sind. Ja, die sind voll. Das wäre vielleicht eine Option, dass wir hier in den Snap noch eins stellen. Da hin. Ich weiß aber nicht, ob das dann von der Entfernung her ausreicht. Okay, da müssen wir sogar ohne Snap arbeiten. Nein. Okay, ich wollte gerade sagen, eine Option hatten wir hier. Genau. Das bauen wir da nochmal mit hin. Und dann ist es auch tatsächlich mittlerweile so langsam am Ende angekommen. Wir werden das einmal da rausbauen. Gucken wir mal, dass wir dort einmal lang bauen. Mittig. Einmal eine Verbindung. Dort bitte. Und nach Möglichkeit vielleicht dort. Und dann können wir eigentlich die Verbindung auch schaffen. Oder wir machen das... Ne, wir machen das noch anders. Wir nehmen die hier weg. Und werden von dort aus eine Verbindung schaffen. Okay, das hat sich jetzt irgendwie nicht allzu stark geändert. Im Gegensatz zu vorher. Aber das ist okay. Gut. Dann können Sie hier reingehen. Hier rüber. Ja, das ist okay. Einmal bauen bitte. Sehr schön. So. Dann haben wir hoffentlich noch ein paar mehr Leute, die dort hinten hinkommen. Aber wir können dann auch... Wir könnten auch den Weg uns ersparen. Und eventuell einfach mal gerade durchziehen. So. Und ersparen wir uns noch ein paar Meter. In der Hoffnung, dass die dort auch rankommen. Sondern brauchen wir noch Busverbindungen. Jetzt schauen wir mal dort drinnen. Dort haben wir keine. Und hier müssen ungefähr 30 Leute rein. Wir machen, ich würde sagen, zwei Busse, die vielleicht so 20 Leute transportieren können. Und wir müssen einmal schauen, dass wir hier einen vernünftigen Bus finden. Für das Thema. Dieser Thema nach Kapazität. Na, 50 ist mir schon zu groß. 32, 11, 40. Na komm, wir nehmen die 32er. Und dann machen wir eine Route bitte. Und das lassen wir einmal da starten. Und einmal da rein. Da wird bitte nur B laden. Und das auch nur zu 60 Prozent mehr. Sollten wir da eigentlich nicht brauchen. So, das ist einmal Bus, Pripriat, zum Holzfällerposten. Chemie und Holz. Das ist einmal Chemie, Holz. So, das geht einmal in Pripriat los. Und es ist eine Busverbindung. So, gut. Und auf diese Busverbindung setzen wir bitte ein zweites Fahrzeug drauf. Und dann hätten wir es eigentlich. Jetzt habe ich die Busroute natürlich gelöscht. So, Linienabstände machen wir automatisch. Und dann können die bitte einmal los. So, nächste Route. Da würde ich sagen, nehmen wir zwei davon. Das sollte ausreichen. Das müssen wir uns mal im Detail angucken. Und mal überprüfen, ob das so ist. Hier bitte auch nur B laden. Und da rein bitte entladen. Und hier vorne soll auch ruhig mit Professoren. Ich weiß halt nicht, was hier alles steht und arbeitet. Da können wir ruhig erstmal alles mitnehmen. Und das nennen wir dann bitte einmal Huge Chemical Plant. Das ist okay. Das Ganze kommt aus Pripriat. Und ist eine Busverbindung. So. Okay, gut. Dann auf das Teil bitte. Das bitte. Machen wir es. Einmal dahin. Ja, einmal speichern. Quatsch. Einmal darauf. Linienabstände automatisch. Und ab. Gut. Dann haben wir das auch. Und jetzt könnten wir schauen, ob wir hier vielleicht noch Leute reinkriegen. Aber wenn ich das so sehe, ist das alles voll. Wie sieht es mit den Arbeitslosen aus? Wir haben 121 Arbeitslose. Das ist also auch okay. Da können sie also auch ganz gut dran arbeiten. Und ihr seht, das Chemiewerk ist echt voll. Wir könnten theoretisch schon Holz kaufen. Dann geht es los. Aber das will ich nicht. Das produzieren wir hier alles. Und hier müssen wir halt auch gucken. Denn ich meine, der hat ja auch ein 1200 Liter Tank. Und wir werden jetzt einmal schauen, dass wir wirklich hier alles Öl, was da drin ist, dass wir das per Zug einmal da hinten hinschaffen. Deswegen würde ich gerne den Zug, wenn ich ihn hier irgendwo sehen sollte. Ich weiß gar nicht, ob er schon wieder unterwegs ist. Ah, er steht da sogar noch. Okay, er wird gerade entladen. Wir gucken mal, wie viel haben wir hier drin. Da ist echt nichts drin. Das wird alles hier raus produziert. Wow. Ja, weil wir jetzt eine ganze Menge Leute hier drin haben. Es sind 260 Leute wegen dem Gebäude. Wir könnten ansonsten hier noch ein weiteres Gebäude bauen. Dann könnten wir eben auch hier diese Ecke umbauen. Ja, diese Doppelkreuzung. Dann würde ich diese Straße hier komplett entfernen. Und die hier runterführen, geradeaus führen und hier lang machen und hier eine entsprechende Abfahrt auf diese Straße bauen. Und dort einfach nur noch ein Abgang hier in das Kohlekraftwerk, weil das brauchen wir dann auch nicht mehr. Das wäre dann so eine Umbauphase. Das müssten wir dann wahrscheinlich mit Rubel auch machen. Wir müssen dann hier eine ganze Menge noch abreißen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann könnten wir uns hier auch eine Kreuzung ersparen. Und hier vorne vielleicht noch ein zweites Haus ransetzen. Dass wir hier mehr produzieren. Aber im Moment sieht es gut aus. Trotz alledem würde ich gerne noch einen weiteren Zug kaufen, dieser Art hier. Und jetzt wünsche ich mir, dass es eine Art Duplizieren-Button gibt. Aber wir haben hier 480 Tonnen. Und das ist eigentlich ganz okay. Also, wir gehen einmal hier rein. Wir können bei den Diesel-Loks gerne mal ein anderes Thema uns holen. Ja, guck mal. Die DR-Baureihe, die ist... Oh, die ist gerade erst verfügbar. Ja! Die 119. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Oh, die habe ich schon vermisst. Das ist schön. So, dich bitte einmal. Und... Moment, Moment. Nee, es gibt ja hier eine Route. Die können wir doch nehmen. Die Route. Die nehmen wir. Und da setzen wir dann den nächsten Zug drauf. Der von hier kommt. So. Da kommen jetzt bitte Güterwaggons dran. Wo haben wir die Gesamtkapazität? Das sind 480. Und da bitte das mit draufsetzen. So. Und ab dafür. Ja. Und das, ihr Lieben, ist die erste Ausfahrt der Baureihe 119. Und das wollen wir uns doch mit angucken. Und die erste Fahrt dieses... Na, in dem Fall tatsächlich... Tatsächlich in der... Von der Art und Weise. Da. Da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Und... Er fährt nicht weiter. Einmal bitte. Die dynamische Verfolgungskamera. Und die erste Ausfahrt dieses wundervollen Zuges werden wir jetzt mit beobachten. Herrlich, herrlich, herrlich. Ganz toll. Einmal tanken, bitte. Und der Zugführer trinkt in der Zeit einen russischen Kaffee. Prost. Ach, lecker, lecker, lecker. Entschuldigt, bitte. Es ist natürlich ein sowjetischer Kaffee. Wir wollen ja auch... Wir wollen ja auch vernünftig... Vernünftig bleiben. So, rot. Da wird gerade was verkauft. Das ist auch wieder gut. Und jetzt fragt man sich, warum fährt er denn da lang? Nun, er muss rechts rum, damit wir hier entsprechend hinten hinkommen. Und ich denke, zwei Züge, die dort das Öl regelmäßig hin- und herfahren, ist absolut okay. Das sollten unsere Straßen als Kapazität noch ausgeben. Übrigens, da auch nochmal der Punkt, die Roadmap zur Version 1.0 wurde veröffentlicht. Und das Nächste, was wir in unsere Republik integrieren werden, ist der Müll. Und da müssen wir uns auf jeden Fall schon mal einen Platz für aussuchen, wo wir den Müll bearbeiten. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch eine Recycling- und Müllstadt. Und da habe ich schon so die ersten Ideen. Nerdivostok ist ja voll. Das könnte man tatsächlich überlegen, dass man das noch in Yekaterinburg mit übernimmt. Und von dort aus dann verteilt. Aber das zeige ich euch gleich. Denn wir müssen das auf jeden Fall mit einbauen. Die Forschung werden wir hier in diesem Spielstand nicht akzeptieren und nicht aktivieren. Aber das, weiß ich nicht, macht keinen großen Sinn, glaube ich, bei uns. Und da stehen mir vielleicht doch ein paar zu viele Bäume auf der... Ach, die wachsen nur dazwischen. Nee, dann ist kein Problem. Gott, sieht das auch mit diesen Helikoptern cool aus. Übrigens auch das Thema. Ich finde das so cool, diese Forschung, dass wir jetzt in Zukunft wirklich nichts mehr bauen können. Wirklich nur noch Basics, ohne wirklich das HQ des Kommunismus zu aktivieren. Ansonsten wird in Zukunft nichts mehr möglich sein, hier zu bauen. Das finde ich wirklich eine richtig, richtig tolle Sache. Also muss ich ganz... Das finde ich ganz... Musik So, und jetzt können wir eigentlich mal rein wechseln und die Fahrt nach Yekaterinburg und dann anschließend nach Pripriat einmal genießen. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Und zu unserer rechten Seite sehen wir die wunderschöne Stadt Yekaterinburg. Ja, es regnet schon wieder. Wir können dann übrigens auch gleich schauen, ob die erste Chemie existiert. Dann können wir die Chemieproduktion und den Zug entsprechend umstellen. Das kann ich euch dann mal zeigen. So, jetzt sehen wir zum ersten Mal unsere Tunnel, die wir geplant haben. Und das klappt erstaunlich gut, muss ich sagen. Und da steht schon das nächste drin. Oh, jetzt werden wir die Tanks erstmal ordentlich leer saugen. Sehr schön. So, ja, dieses Tutoren-Thema, das kennen wir. Da wollen wir noch ein weiteres Waisenhaus bauen. Tutoren, Feuer, Tutoren. Der Zug steht zu lange, das kennen wir auch. Das ist an der Grenze. So, jetzt wird das Ding hier leer gesaugt. Oh Gott, da sind schon wieder 1000 Tonnen drin. Das ist echt der helle Wahnsinn. Die werden gleich das Zeug rüberbringen. Aber die Ölproduktion hier sprudelt wirklich im schlimmsten Fall. Müssen wir mal einen dritten kaufen. So, jetzt schauen wir einmal hier. Das sind 30 Arbeiter. Das sieht gut aus. Da haben wir 128 Leute drin. Die ersten Wege sind hier noch nicht fertig. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir vielleicht das VEB, haben wir es, Pripriat mitarbeiten lassen. An den Wegen bitte. Einmal dort, 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 dort. Und da bitte. Genau. Da können Sie einmal bitte mitarbeiten, dass das auch hoher rangeht. So. Und da haben wir jetzt schon die erste Chemie hier drin. Oh, Tatsache. Die ersten 0,54 Tonnen Chemie sind drin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Hier läuft jetzt die Chemie rein. Jetzt müssen wir eventuell gucken, dass wir irgendwann nochmal so ein Pflanzending aufstellen. Aber das ist kein Problem. Wir werden das ein bisschen begrenzen hier. Auf ungefähr 50 Prozent. Und die restlichen 50. Moment, das macht jetzt keinen Sinn. Wir werden das einmal nullen und auf 50 da begrenzen. Und 50 davon, dass wir hier auch irgendwann ein paar Pflanzen reinbringen. Und die 100 Tonnen sollten ja dann eigentlich ausreichen. So. Jetzt müssen wir überlegen. Wir brauchen von hier aus, ja, eine Chemieverteilung. So. Das ist jetzt unser Pripriat Chemielager. Und da wollen wir eigentlich jetzt einmal 100 drin haben von Chemie. So. Und das ist das Pripriat Zentrallager Chemie. Das können wir auch entsprechend umbenennen. Das ist einmal das Pripriat Chemielager. Und den Zug, den werden wir erstmal... Den werden wir erst... Also der kann entladen werden. Aber mehr braucht der im Moment erstmal nicht machen. Der soll nämlich... Soll nämlich hier rausfahren und die Sachen hier vorne abholen. Zumal das eigentlich auch keinen großen Sinn macht. So. Du sollst bitte nicht losfahren. Zug anhalten. So. Also der ist gestoppt. Jetzt haben wir einmal Fleisch, Radio und Chemie. Das ist Pripriat Chemie. Die holen das einmal hier vorne ab und bringen das in die entsprechenden Umwandlungsanlagen. So. Was wir jetzt machen können, ist mit diesem Zug auf jeden Fall die Chemie erstmal von der... Oder von hier aus verteilen. Das ist Nummer 1. Da können wir dann, ja, keine Ahnung, 60, 70 Tonnen Chemie immer in das andere Lager bringen. Wir haben ja in Nerdivostok noch ein kleines, obwohl wir das auch mit einem... Obwohl wir das hier auch mit dem Lager machen können. Das ist das Pripriat Chemie Lager. Und hier vorne hatten wir, glaube ich, auch noch welche. Gucken wir mal hier. Das ist aktuell Chemie Import. Na. Das bedeutet, wir werden das einmal umbenennen in Pripriat. Einmal in VZ. Nerdistan Chemie. So. Das ist die Chemie Verteilung hier. Da werden wir bitte ein neues Fahrzeug kaufen. Also mal gucken, das müssten die hier sein. Gesamtkapazität 4,8. Das ist okay. So. Die holen sich das bitte einmal. Danke. Da ab. Zum Beladen Chemie. Einmal dort entladen. Und das auf 30%. Jetzt haben wir natürlich 100. Jetzt müssten wir hier aber... Ja, das ist 48% voll. Das heißt, dort müssen wir erstmal nichts reinbringen. Und von hier dann bitte auch einmal in das andere Zentrallager. Zentrallager. Und dort haben wir dann sogar die Möglichkeit, das Chemie VZ umzumünzen. Das müsste... Das ist das Essenslager. Jetzt müssten wir hier hinten irgendwo noch eins haben. Dieser ganze Wald hier. Wer ist auf die Idee gekommen, einfach stumpf Bäume hier rein zu pflanzen. Ist ja unglaublich. Da ist es. So, das ist das Warnhaus. Da sind 20% drinne. Welches VZ ist hier versorgt? Es gibt hier irgendwo ein Chemie VZ. Da... Nerd... Ach, Nerdivostok hieß das. Nicht Nerdistan. Oh mein Gott. Dann müssen wir das nochmal fix umbenennen. So... Nerdivostok-Wasseraufbereitung groß. Ne, Nerdistan ist die Republik. Himmel, Herrgott. Das ist die Verteilung hier intern. Nerdistan-Chemie. So. Du lädst auf 20%. Genau. Das können wir uns ersparen. Das können wir uns ersparen. Und das werden wir einmal umbenennen in Nerdistan? Fragezeichen. Vielleicht finden wir hier irgendwann was Sinnvolles, was wir machen können. Das sehen wir dann. Das ist ja komplett voll. Und hier hinten die Chemie. Du bitte. Na, das ist Stratiengrad. Da wollte ich nicht hin. Jetzt bin ich total verwirrt. Einmal da bitte. Und das Ganze auf 20%. So. Dann sollten wir hoffentlich damit die Chemieproduktion oder den Chemieverbrauch decken können. Und jetzt müssen wir uns noch was überlegen, wie er hier in das System integriert werden kann. Und einmal Chemie für Notfälle bereithält. Und ja, das müsste eigentlich ja ein VZ machen. Mit einem VZ würde das am besten passen. Aber ich möchte jetzt hier nicht noch ein extra VZ hinsetzen. Das macht irgendwie keinen großen Sinn. Da muss ich mir noch was überlegen. Da könnt ihr ja mal Kommentare in die Kommentare schreiben, wie wir das am besten machen. Da weiß ich noch nicht, wie wir das machen. So, jetzt schauen wir erstmal hier, was Produktivität angeht. Wir sind bei 200 Arbeitern. Holz ist mehr oder weniger genug. Ja. Kies, wie sieht es damit aus? Sieht auch gut aus. Pflanzen werden momentan gekauft. Wasser. Wie sieht es mit dem Wasser aus hier hinten an der Pumpe? Da hatten wir ja beim letzten Mal festgestellt, dass es da durchaus, na, dass es da durchaus Probleme gab. Ja, da ist schon Ende im Gelände. Also Wasser ist schon, ähm, da ist auch null, wir haben auch null Bar, ne? Ja, die Wasser, der Wasserdruck ist zu gering. Der braucht 60 Kubik. Boah. Alter Falter, ey. So, Wasserdurchfluss. 60 Kubik braucht der. Das sind ja 120 Kubik. So, das ist auch okay. Die Leitung ist auch gut. Die ist jetzt übrigens fertig. Ja, was kann denn eigentlich diese, was kann denn eigentlich diese, diese, diese Pumpe leisten? Ähm, Pumpenmotor an. Das ist so eine große, ne? Wir müssten uns mal überlegen, ob wir hier vielleicht wirklich, also wir, wir, wir gehen das mit dem Wasser mal durch hier. Also, wir haben eine große Pumpe. Die kann maximale Produktion am Tag. 215 Kubik. Wow. Okay. Das ist natürlich nicht allzu viel. Das ist die hier, ne? Hm. Und dann haben wir die große Wasseraufbereitung. Du schaffst maximale Produktion am Tag 300 Kubik. Aha, das wird schon, das wird schon ganz schön eng werden, wenn wir das, wenn wir das am Chemiewerk, wenn wir hier hinten noch die Leitung nutzen. Wie viel Durchfluss haben wir denn im Moment? Ja, ein bisschen Kapazität haben wir noch, ne? Aber nicht mal allzu viel. Das sind 50 Kubik. Da sind auch nochmal 60 Kubik, die da durchgehen. Da sind wir schon bei, bei 140. Und er braucht auch noch ein bisschen was. Da haben wir auch noch ein bisschen Wasserdruck da. Das schwenken, da schwenken wir jetzt entsprechend um. So, was kann denn so eine kleine Pumpe? Nicht, dass die das Problem ist. Wir gucken uns das mal an. Da steht tatsächlich nix bei. Okay, die kann, die pumpt einfach nur. Wie viel auch immer. Gut. Wir werden mal gucken, ob das, ob das so weiter funktioniert. Auf jeden Fall haben wir anscheinend auch hier 80 Kubik. Boah. Verbrauch bei maximaler Produktion 85 Kubikmeter Wasser. Wahnsinn. Ja, das ist in der Tat, in der Tat krass, muss ich sagen. Wir produzieren mittlerweile auch echt gut, gut was an Chemie. Ich sehe, dass es schon kommt, dass wir das tatsächlich auch verkaufen müssen. Jetzt werden wir mal den Schwenk hier hinten jetzt einmal kurz offline machen. Und einmal bauen, bitte. So. Und hier vorne würde ich tatsächlich gerne eine weitere Wasserversorgung bauen, die wir vielleicht sogar offline betreiben. Also wir sollten wirklich eine Wasserversorgung trennen, denn das ist, glaube ich, echt ein bisschen eng. Wir müssen mal schauen, wo wir noch gut eine Wasserpumpe hinstellen können. Also wir brauchen auf jeden Fall eine große Pumpe. Der holt 215 Kubik aus der Erde. Da haben wir nichts mehr. Da hinten ist auch schon dreckig. Wie sieht es denn hier aus? Da könnten wir vielleicht sogar... Oh, das wäre gut. Wenn wir das hier hinstellen, könnten die Leute hier sogar zu Fuß rüber gehen. Und wir könnten von hier aus dann das AKW versorgen. Na, das überlege ich mir nochmal. Ich bin, was die Wasserversorgung eine eigene angeht, noch nicht ganz von überzeugt. Aber zumindestens Chemie... Gott, das sind 250 Leute, wenn die dazu kommen, dann sind wir hier bei voller Produktionskapazität mit 5 Tonnen am Tag. Dann können wir die Chemie... Die können wir dann verkaufen anstatt einkaufen. Da verdienen wir noch mehr Geld mit. Wie sieht es eigentlich jetzt mit der Chemieproduktion, mit der Stahlproduktion aus? Und Kohle? Gehen wir gerade mal in dieses Jahr, was wir dieses Jahr produziert haben. Das würde mich mal interessieren. Wir haben dieses Jahr produziert bisher 3.600 und im letzten Jahr sind es 4.800 und dazu noch 2.000 mechanische Komponenten, die wir verkaufen. Also eigentlich ja eher 6.000 Stahl, also die wir hier produzieren. 11.000 Tonnen Treibstoff, 380 Strom, das ist okay. Bitumen ist auch okay. Kohle, Erz 40.000 und Kohle daraus gemacht 23.000. Das wird aber, ja, das ist jetzt zum Schluss, ist das massiv hochgegangen. Also wirklich Wahnsinn. Okay. Dieses Jahr sind wir, also da hatten wir 23.000. Dieses Jahr sind wir bei 30.000 Kohle. Das ist aber jetzt nicht so viel grandios mehr. Da hätte ich noch ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. 53.000 Kohle, Erz. Okay. Da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht sogar noch mehr Kohlequellen hier anschließen. Wie sieht es jetzt aus mit den... Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Da sind 1.000 Tonnen Kohle. Wow. Und das Ding ist leer, oder was? Ne, da sind auch 900 Tonnen Kohle. Okay, also im Moment würde ich sagen, haben wir erstmal genug Kohle. Wie sieht es hier aus? Wie viele Leute sind da drin? 170. 100. Und es ist ja auch wirklich... Es ist ja auch keiner arbeitslos in den Gebäuden, ne? Ich kann nochmal zeigen. Zwei können wegen Krankheit nicht arbeiten. Zwei können nicht arbeiten. 300 kriegen keine Spiritualität, aber die sind alle unterwegs. So, ist mittlerweile der Kindergarten hier fertig. Oh, das Gym ist auch fertig. Äh, das... Die Gymnastikhalle meine ich natürlich. So, der Kindergarten ist auch fertig. Zehn Leute, kleiner Kindergarten, 80 Kinder drin. Top. So, da stehen schon wieder 160, die hier auf Arbeit warten. Wann kommt der nächste... Wann kommt die nächste Straßenbahn da? Wie lange wartet denn der erste hier? Warten an der Plattform eine Stunde? Oh, das wird aber knapp. Ja, es ist knapp. Aber es ist durchaus machbar. Ja, sehr schön. Also, wir könnten da theoretisch sogar noch ein Haus hinbauen. Ähm, hier sind jetzt nur 100 Leute. Da sind 50 Leute. Aber das sollte passen. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, also das passt auch. Nerdistan und Nerdivostok laufen ganz gut. Dann können wir einmal umschwenken. Und dann erzähle ich euch das mal mit dem Müll. Und wir haben ja hier eine große Fläche, die wir natürlich noch planieren müssten. Aber hier vorne würde sich das anbieten. Wir könnten hier mit einer Gleisstrecke rausgehen und direkt an das Gleisnetz rangehen. Und wir haben hier hinten das Pflanzensystem, was auch immer damit dann passiert. Also hier noch nicht. Das ist weiter in dem Bereich. Also wir hätten in der Theorie genug Sachen, um die wir uns kümmern können. Das ist ja eigentlich das, das ist eigentlich das Gute daran. So. Also einmal gucken, wie sie da aussieht. Und wenn wir gerade hier sind, schauen wir mal, dass wir die Bauten auch jetzt in Auftrag geben. Und einmal gucken. Da sind wir auch. Da fehlt Asphalt. Und dann ist er fertig. So. Also. Jetzt müssen wir vorher noch mal ganz kurz in Nerdivostok schauen. Ich meine, wir haben hier jetzt keine Baustellen mehr. Hier ist tatsächlich nichts mehr, ne? Ne. Dann können wir Nerdivostok eigentlich auch hiermit wirklich aktiv dran arbeiten lassen. Das hatten wir beim letzten Mal schon gemacht. Das heißt, Nerdivostok kann sich einmal darum kümmern. Um die Straßenverbindung können wir uns schon kümmern. ähm, das ist tatsächlich auch alles fertig. Wow. Dann können wir uns darum kümmern. So. Da ist nichts. Das müssten wir von... Ja, von hier aus machen. Wir bräuchten hier vorne... Wir können das... Wir können auch dort einmal eine kleine Verbindung machen. Dass wir Nerdivostok da mitarbeiten lassen können. Einmal da lang. Und das zwirbeln wir einfach da ran. Irgendwo geht es schon. So. Da vorne. Das reicht schon hin. Und dann kann Nerdivostok eben auch da mit dran arbeiten. So. Einmal in die Richtung und in die Richtung. Jetzt gucken wir mal. Hier Katharienburg ist... damit zugange. Das sieht gut aus. Einmal kurz schauen. Kohlberg Straßenbau. Je Katharienburg, ob die... Ne, ich glaube, Je Katharienburg macht da lieber nicht mit. Ich denke, Kohlberg, wenn die hier mitarbeiten, ist das okay. So. Die sind an der Brücke. Das ist gut. Die sind da ran und da dran. Okay. Dann könnt ihr auch da mitarbeiten. Das macht ihr auch schon. Ja. Sehr gut. Dann sind wir hier, was das angeht, dabei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. So. Ein Geschäft hat keine Waren. Das ist das Fleischgeschäft. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Wahrscheinlich müssen wir da ein kleines Fleischlager anbauen. Und hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus. So. Nächster Punkt, was ich noch machen möchte. Das ist... Ach Gott. Wir sind ja schon bei 35 Minuten. Meine Güte. Dann würde ich das auf die nächste Folge verschieben. Und verabschiede mich von euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienird. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020